Unser GVW, bei welchem einer von euch das Spiel Flutter, welches wir vorletzte Woche vorgestellt haben, kostenlos gewinnen konnte, ist nun vorbei und deshalb losen wir heute den Gewinner aus. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier also 5 Teilnehmer, diese 5 Teilnehmer stehen jetzt hier drin, dann könnt ihr ja kurz schauen und dann klicken wir hier auf Ventomize und dann werden wir sehen, welcher das Spiel bekommt. Und der Gewinner ist also der Nils Würgler. Ja, du hast also gewonnen. Ich werde dir eine YouTube-Nachricht schicken. Diese kannst du dann in deinem YouTube-Posteingang sehen. Auf diese Nachricht antwortest du bitte und dann schicke ich dir den Code zu, mit welchem du dir das Spiel dann kostenlos herunterladen kannst. Falls du die Nachricht aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht siehst, kannst du auch unter dieses Video hier in die Kommentare schreiben, dass du den Code auf einer anderen Weise zugeschickt bekommen haben willst. Zum Beispiel eben über E-Mail. Ja, aber dies war es nun also von der Auslosung. Es werden dann auch noch weitere GVBs immer mal wieder kommen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.